Hallo liebe Ponyhop-Fans, heute dürft ihr mal mit mir eine Nachtrunde gehen. So wie jede Nacht gehe ich ca. um Mitternacht noch eine Runde durch den Stall zur Kontrolle, ob bei allen Tieren alles okay ist. Heute könnt ihr mal mit von der Partie sein. Auf geht's! Hier sind wir in den Stall, die Tieren scheint es gut zu geben, frisch gemütlich. Die drei Musketiere auch gemütlich und fressen und die Schläfer auch. denselbe Rundfunk her. Die Rundfunk, die Rundfunk hier und die Pırmızı, die Züge am raar framework, die Züge am raar, die Züge am raar, die Züge am raar, die Züge am raar voraan. Ganz schön, wenn ihr den Züge am Raar, die Züge am raar voraan, die Ponyhop-Fans und der Schmerz anbe Progressive und der Züge am Raar das trägert. Und Amorona, dann gehen wir raus, noch zu den Polizisten heraussend, hier rein Kalt, Monschein, der Hinterstand ist genügend, doch, dauerlich. Und da ist der Mochi, boah, was hab ich denn, die Güte, minus 15 Grad, ja, sieht auch alles gut aus, aber es sieht alles gut aus, wir schauen ja nur zu den Schweinen, Schafen, und die Güte, die Güte, die Güte, die Güte ist warm, ich kann nicht mehr oder so. Und hier am Nied tauchen, hier schlafen, hier rein schauen, hier auf. Das ist auch ein bisschen sehr warm, wenn wir kommen bis zu 60 Grad. Deshalb schlafen die Schweife, so dass die von oben nicht nass herunter kommt, gerne ins Heil, und das ist ein bisschen besser, wie auch gerade nur der Schnitzel. Die Schnitzel sind immer nur im Stall. Hallo Schnitzel! Schnitzel! Von Polly, Lili, die sind in der Nähe von der Schnitzel. So, dann schlafen die Schweife schon. So, dann schlafen die Schweife funktionieren. So, alles gibt's gut. Schlafen die Nacht, ihr Süßen. Die Musik in der��